Mensch, wo ist die Apotheke? Ja, die ist ungefähr 300 Meter von hier entfernt, links im Ortszentrum. Ja, das stimmt. Die sind zuvorkommend höflich und wenn man nicht kann, bringen sie auch die Medikamente nach Hause. Also ich kann sie immer nur empfehlen. Ja, das stimmt. Dann, äh, man auf zur Apotheke im Quellental. Ja, das stimmt.